herzlich willkommen zurück zu einem weiteren video mit uns beiden so leute wenn ihr keine videos mehr verpassen wollt dann könnt ihr gerne auf abonnieren drücken die glocke aktivieren und einen daumen nach oben lassen und dann würde ich sagen viel spaß mit dem video ich bin er sofort neben mir sitzt er gleich und heute kommen wir uns den einen shop ein sprachen lernen babbel und hier steht you received a gift vom hergleich das wünschst du dir die ganze zeit schon viel spaß rock out danke gleich und du hast gesehen dass ich ihn habe oh wir haben neuen emote oh nein deep dab deep dab okay aber für 200 v-bugs das kann nichts besonderes sein einfach mega geil das geht ohne die füge ja geil den gebe ich von mir auch 10 von 10 genau 4,49 von 5 bei 63 wort zum ersten mal im shop gewesen seitdem dreimal und 116 riet mein das dann kommen wir zum schaden legt also animierten ist ein leicht wort sehr mega leicht animiert also aber dann sieht ein heiß aus wie jetzt vom also jetzt von dem allein ist von dem von außen wünschen geil du absolut bei ihr mal durch sieht schon cool ausgehen weitermachen sieht schon mega heftig aus ja sieht auf jeden fall nice aus das teil im krieg da wo ist es über im krieg da wo ist es über im krieg da wo ist es über 4,69 von 5 bei 26 wort zum ersten mal im 4. Mai 2019 im shop gewesen seitdem dreimal und 17 und 3miners akana hammergeil wie viel dreht das ding mal ein bisschen von hinten sieht es nämlich auch richtig cool aus 10 von 10 geht es auch 10 von 10 mega cool 4,5 4,5 bei 26 wort zum ersten mal im 4. Mai 2019 im shop gewesen seitdem zweimal und 14 reminders dann kommen wir zum luminos den luminos haben wir hier genau den luminos der sieht auch mega fett aus luminos auf jeden fall mega cooles teil kriegt auch von mir 10 von 10 von mir auch 10 von 10 geh doch mal auf das backpack dahinten 4,255 bei 35 wort zum ersten mal im 4. Mai 2019 im shop gewesen seitdem dreimal und 32 remindes zoom mal an das rand das backpack sieht schon echt cool aus what the heck einfach drei oder vier blitze auf einmal die astralaxt ich gebe dir 10 von 10 definitiv auch von mir 10 von 10 definitiv auch von mir 10 von 10 4,6 85 bei 28 wort zum ersten mal im 4. Mai 2019 im shop gewesen seitdem dreimal und 37 remindes 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 6 8 9 9 10 10 10 10 10 10 12 10 11 11 13 11 11 13 13 15 14 14 14 15 15 15 Ich mag Gewitter. Ich mag Gewitter, genau. Du? Ich mag auch Gewitter. So. Ja. Ja. Oldschool Breakdance. Barthelwee Wax. Ja. Den gebe ich. 10 von 10. 8 von 10. Was gibt es denn heute nur? 10 von 10, ey. 10 von 10, genau. Ähm. 3,45... 4... 3,45... 3,455 bei 33 Worts zum ersten Mal am 24. Februar 2018 im Shop gewesen. Seitdem 23x und 28 Reminders. Dann kommen wir zum Highlight. Den Deep Dap. Brrr. Mach den nochmal. Brrr. Brrrh. Bring em down to your Level. Brrr. Brrr. Vor allem bring em down to your level. was ist... 3 ich gebe dem fünf von zehn ach du heilige 2,255 bei vier Wurzmärz beim 20. Juni 2,255 2,255 2,255 bei vier Wurzmärz 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 2,255 2,255 bei vier Wurzmärz 2,255 bei vier Wurzmärz 2,255 bei vier Wurzmärz und ja dann würde ich sagen wenn euch der heutige item shop gefallen hat dann würde ich mich sehr über ein Like, ein Abo und einen Kommentar freuen bis dahin haut rein und tschüss